Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Video Editor OpenShot transparente Bilder über Video legen. Seit OpenShot 1.4.2 gibt es die Möglichkeit transparente Bilder über einen Film zu legen. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn man dem Betrachter Texteinblendung für Erklärungen liefern möchte. Eigentlich ist das ganz einfach, allerdings haben die Entwickler eine kleine Stolperfalle eingebaut. Das Bild muss sich oberhalb des Videoclips befinden. Ich stelle mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bereit, wie ich das mache. Zunächst ermittle ich die Größe des Videos. Ein Doppelklick auf das Video, hier zum Beispiel w1.webm und dann wird auch schon die Größe angezeigt, 1280 x 720. Grund dafür ist, da ich das transparente Bild genau in der gleichen Größe erstelle. OpenShot bietet nicht wirklich die Möglichkeit, das Bild im Video exakt zu platzieren. Hat das Bild genau die gleiche Auflösung, kann ich besser sehen und beeinflussen, wo der Text platziert werden soll. Das Testvideo hat die Auflösung von 1280 x 720. Nun erzeuge ich mit GIMP ein Bild mit den gleichen Ausmaßen. Also GIMP starten im Menü. Grafik, GIMP, Bildbearbeitung. Dann Datei neu und dann die Größe setzen mit 1280 x 720. Ok. Danach füge ich dem Bild ein Alpha-Layer hinzu und definiere die Farbe weiß als transparent. Mit Ebene, Transparenz, Alpha-Kanal hinzufügen und Ebene, Transparenz, Farbe zu Transparenz und bestätigen mit Button OK. Nun kann ich mir aussuchen, wo mein Text stehen soll. In diesem Fall oben rechts, weil sich die weiße Schrift am besten lesen lässt. Also Schrift oben rechts ungefähr hier. Dann Text eingeben, zum Beispiel mal als Beispiel Text einfach nur. Dann die Größe ändern, damit man das besser sieht. Zum Beispiel 70 und die Farbe weiß. Ok. Das Bild speichere ich als PNG ab, damit die Transparenz erhalten bleibt. Datei exportieren. als zum Beispiel x.png im Verzeichnis Videos. Exportieren und exportieren und fertig. Nun folgt der einfache Teil. Importiere das Video und das Bild in OpenShot. Geht auch mit Drag & Drop und stelle sicher, dass sich das Bild in der Spur oberhalb des Videos befindet. Das ist wichtig, sonst funktioniert die Prozedur nämlich nicht. Das Ganze sieht dann so ähnlich aus. OpenShot starten. Multimedia. OpenShot Video Editor. Ok. Dann noch Video hinzufügen. B1 WebM als Beispiel. Und dann noch das transparente Bild. Und zwar x.png. Hier ist es. Und hinzufügen. Dann, ich probiere es einmal, dass das Video oberhalb ist und das Bild unterhalb. Dann abspielen. Dann sieht man nämlich kein Text. Und jetzt andersherum. Video unten und Bild oberhalb. Zurück. Und nochmal abspielen. Und da ist dann der Text zu sehen. Nun könnte natürlich das Argument kommen, dass man bei Bildern direkt OpenShot einen Alpha-Wert setzen kann. Das stimmt. Aber damit würde ich auch die weiße Schrift verblassen. Deswegen mache ich das Bild lieber in Gimp und setze es dann ohne weitere Veränderung ein. Wie man sieht, ist es sehr einfach mit OpenShot ein transparentes Bild mit einem Video zu verknüpfen. Das ist nun kein, da haut es mir den Schalter raus Effekt. Aber manchmal ist es schlicht sowieso schöner. Und für Tutorials, Zusatzerklärung und so weiter ist es mehr als ausreichend. Das war User Power von OpenScreencast. Tschau und viel Glück. Untertitelung des ZDF für todaysland. Tschau und viel Glück. Vielen Dank.